Hallo zusammen, ja, Ulrike und ich sind wieder unterwegs. Nach ein paar Wochen Pause sind wir jetzt wieder Richtung Österreich unterwegs. Wir wollen nämlich nach Lohfahrt zum Camping-Gruphhof, einer der besten Plätze in Österreich. Aber vorab fahren wir nach Bamberg, das haben wir auch noch nicht gesehen, fahren da auf einen Campingplatz und machen da eine Zwischenstation. Wir sind jetzt hier auf der B70 bzw. auf der A70, Autobahn A70 und sind jetzt gleich ungefähr in 20 Kilometern in Bamberg und werden dann gleich nochmal von dem Platz gerichtet. Ja, wir sind jetzt auf der Zufahrt zur Campinginsel Bamberg, das ist jetzt gleich hier vorne und da werden wir uns jetzt eine Anmeldung anmelden. Wir hatten schon vorher angerufen und man hat uns gesagt, es genügt noch zwei ist. Ja, und dann schauen wir mal, wie es hier ist und wir richten später auch noch Platz. Und dann ... Es geht nun, was wir passieren. Und dann ... Musik Wir wurden freundlich empfangen und konnten direkt Brötchen für den kommenden Tag bestellen. Hinter der Rezeption befindet sich ein kleiner Markt, wo man die nötigsten Sachen bekommen kann. Da wir nur eine Nacht bleiben, mussten wir auf den Tagesplätzen uns einen Platz suchen, den ich hier eingekreist habe. Der Platz ist allerdings sehr schön angelegt und wir konnten uns einen aussuchen. Und dieser hatte auch einen Stromanschluss. Musik Hier standen ungefähr ein paar Meter von der Pegnitz entfernt, die am Campingplatz vorbeiführt. Etwas weiter dahinter befindet sich der Main-Donau-Kanal, den man leider hier nicht sehen kann. Musik Hier einige Impressionen von dem Platz. Es gibt einige Dauerstellplätze, allerdings sind die meisten für Touristen vorgemerkt. Musik Auf der Campinginsel gibt es zwei Sanitärgebäude. Dieses hier ist das Gebäude 2, welches wir uns jetzt einmal anschauen. Außen kann man sehen, dass hier zwei Spülbecken auf jeder Seite sind, sowohl auch auf der anderen Seite. Musik Das Entree ist sehr schön gestaltet. Gleich hier links geht es zu den Herrentoiletten. Musik Geradeaus weiter und dann links geht es zu den Damen. Musik Hier im Herrenbereich gibt es Waschbecken und direkt dahinter die Urinale. Musik Auf der anderen Seite befinden sich dann die WC-Anlagen. Alles war einwandfrei sauber. Zu unserem Zeitpunkt, als wir da waren. Musik Die Duschen befinden sich auf der anderen Seite der WC-Anlagen. Hier gibt es Waschbecken und natürlich auch Duschen, die sehr großzügig gestaltet sind. Was wir hier sehen können, alle Duschen haben ein inkludiertes Waschbecken. Musik Musik Wir sind dann am Nachmittag mit den Rädern nach Bamberg reingefahren. Hier führte ein sehr schöner Weg direkt an der Pegnitz entlang. Die Dauer war ungefähr eine Viertelstunde, vier Kilometer. Musik In der Bamberger Innenstadt angekommen, haben wir unser Fahrräder abgestellt. Es war Samstagnachmittag und es war Markttag in der Altstadt. Musik Die Altstadt ist eingekesselt zwischen der Pegnitz und dem Main-Donau-Kanal und befindet sich sozusagen auf einer Insel. Daher gibt es hier sehr viele Brücken zu sehen. Musik Hier sehen wir das historische Rathaus von Bamberg. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am nächsten Tag hatten wir etwas trübes Wetter am Morgen, aber wir haben uns dann fertig gemacht zur Abfahrt, allerdings haben wir natürlich vorher gefrühstückt. Dann ging es weiter in Richtung Österreich nach Lohfer. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Salzburger Land und haben den Campingplatz Insel in Bamberg verlassen. Ja, wie gesagt, es hat uns ganz gut gefallen für eine Übernachtung, ist der eigentlich ideal. Wir haben knapp 33 Euro bezahlt für die Übernachtung, inklusive Strom. Und wir waren gut zufrieden, es gab einen Brötstücksservice, wir hatten tolle Sanitärhäuser und den Platz können wir eigentlich auch unangeschränkt empfehlen. Er liegt direkt an der Regnitz, das ist der Fluss, der durch Bamberg fließt und von daher können wir nur sagen, der Aufenthalt war einwandfrei. Der Empfang war sehr freundlich und wir haben dann auch gut mit den Fahrrädern fahren können, nach Bamberg rein, das ist also ideal. Es gibt natürlich auch viele weitere Fahrradwege, aber das haben wir natürlich in dem einen Tag nicht geschafft. So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Lohfer ins Salzburger Land, da werden wir dann auch von berichten. und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einmal ein Like oder gerne auch unseren Kanal abonnieren.